Leute was geht ab? Tag 138 ohne GTA 6 Release. Ob man mich schon einweisen kann weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sieht die Lage momentan immer noch gleich aus. Das Leben ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber ich habe ein Video vorbereitet. Dabei muss ich hier ein paar Sachen erledigen. Das wird auf jeden Fall hoffentlich morgen online kommen. Das hat gerade ein Festplattenproblem. Deswegen dauert es ein bisschen. Einfach abwarten.